Ich dachte mir die ganze Zeit, was ist denn hier los? Ist irgendwas mit dem Auto, ist irgendwie der Motor auf einmal im anderen Mapping oder so? Weil, zieht euch das mal rein. Und hinter uns sehen wir genau die beiden Kollegen, mit denen wir ganz am Anfang oder die ersten 45 Minuten hier gefeitet haben. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist denn mit dem Mavicster los? Hat der sein Talent an der Boxen-Crew abgegeben oder was hat er hier gemacht? Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, zu einem ganz besonderen Video. Denn heute steht hier mein erstes Endurance-Rennen in Assetto Corsa-Kompetition an. Also ihr seht es oben schon auf der Uhr, zwei Stunden stehen heute an. Also nicht wie in den üblichen Competition-Rennen, da sind wir immer eine Stunde unterwegs. Heute gibt es mal direkt die doppelte Ladung hier sozusagen. Und ja, das wird super, super anstrengend. Da muss ich mich wahrscheinlich auch erstmal richtig krass dran gewöhnen an diese Distanzen. Die bin ich vorher noch nie gefahren am Stück. Und ja, wir sind hier nicht in irgendeinem Rennen unterwegs, sondern in dem Liga-Finale. Von der abgefahrenen Community, beziehungsweise dem abgefahrenen Endurance-Cup oder der Endurance-Liga sozusagen. Die veranstalten hier ja ganze Ligen oder ganze Saisons, wo hier ja einige Rennen mit dieser Distanz gefahren werden auf den verschiedensten Strecken. Und wir sind hier heute in Misano unterwegs. Ja und wie gesagt, das ist das große Liga-Finale, in dem ich quasi als Gaststarter unterwegs bin. Und wir haben uns hier auf dem zweiten Platz qualifiziert. Eine richtig geile Sache. Ich springe auch mal direkt hier zum Rennstart. Ich habe leider nicht die Quali-Runde aufgenommen. Aber ja, in den Competition-Rennen werde ich das natürlich nach wie vor tun. Gut, aber wir konzentrieren uns hier direkt nur auf den Rennstart. Vorne auf Platz 1 der Tobias, heißt er glaube ich, Tobias Pfeffer. Ein richtig krass schneller Typ, wenn man das so sagen kann. Zumindest das, was ich jetzt bisher je gesehen habe. Und ja, die Lampen springen auf grün. Wir haben hier einen komplett manuellen Start gehabt. Das heißt, wir hatten keine Geschwindigkeitsmessung oder sonst irgendwas. Und wir werden hier direkt attackiert, haben schon einen Platz verloren. Vielleicht sogar den zweiten hier. Direkt in den ersten Kurven. Und da wird es sehr, sehr eng hinter uns. Aber alle sehr diszipliniert. Ohne jegliche Berührung. Eine richtig gute Sache. Und daran merkst du auch schon, die machen das hier alle nicht zum ersten Mal. Ja, und wir haben hier auch noch ein paar andere Gaststarter dabei. Aber ich sage mal, zu 90% ist das hier ein Feld, die wie gesagt alle in dieser Liga unterwegs waren. Und wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir hier den Anschluss halten. Zumindest an den zweiten Platz. Weil der erste Platz, der Tobias Pfeffer, der ist wirklich super, super schnell. Und ja, da wird wahrscheinlich erstmal kein Kraut gegen gewachsen sein. Aber wir schauen mal, was jetzt hier in der Anfangsphase so geht. Und wie gesagt, in diesen zwei Stunden Rennen, da hast du noch mal mehr Zeit und mehr taktische Möglichkeiten. Oder beziehungsweise du musst auch noch taktischer fahren als zum Beispiel in einem Competition Rennen. Weil wir haben heute auch kein Boxenstoppfenster. Das heißt, wir können komplett auch frei entscheiden, wann wir in die Box gehen. Und ja, wie wir uns da ja unsere Rennstrategie einteilen, sozusagen. Aber hier ist erstmal noch alles ziemlich dicht beieinander hinter uns. Der Schur im Aston Martin macht da auch schon ordentlich Druck. Und ich war auch sehr, sehr nervös, muss ich ehrlich sagen. Vor allem jetzt hier in der Startphase, weil, wie gesagt, die Leute, die fahren hier noch alle in einer Liga. Oder das ist sozusagen das große Liga-Finale hier. Und da willst du niemandem irgendwie in die Karre fahren. Also deswegen war ich hier und da auch ein wenig zurückhaltender. Und hab mich direkt in jede Lücke irgendwie attackiert. Generell, also ich finde, das ist immer eine gute Grundlage, wenn man im Zweifelsfall lieber zurücksteckt. Auch wenn man hier teilweise vielleicht mal nah genug dran war. Aber du musstest natürlich auch erstmal gucken, wie sich die Leute verhalten. Was für eine Linie die ganzen Leute hier benutzen. Ja, und den Gegner erstmal studieren, bevor du hier eine unüberlegte Attacke machst oder eine Dive-Bomb oder so. Aber in dem Rennen wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Ihr seht es ja auch schon am Titel. Da könnte wieder das ein oder andere Drama hier auf uns zukommen. Da schauen wir uns aber natürlich dann später an. Gut, aber wir haben uns hier erstmal gut einsortiert auf dem dritten Platz. Wir sehen, dass der Audi vorne schon eine kleine Lücke auffahren kann. Von knapp zwei Sekunden. Oder von knapp anderthalb Sekunden. Aber an dem Porsche sind wir hier noch dran. Und ich bin hier wieder im Ferrari unterwegs, falls ihr das noch nicht erkannt habt. Mit dem bin ich in letzter Zeit häufiger mal unterwegs. Und der gefällt mir auch ganz gut auf den meisten Strecken. So, wir können hier aber schon einigermaßen Druck machen auf den Porsche. Aber die Jungs hier sind natürlich auch sehr, sehr gut trainiert. Und die haben auch schon die gewisse Erfahrung, sich hier im Verkehr zu verhalten. Oder auch mit dem Druck umzugehen. Ja, und das sind noch so Sachen, da bin ich jetzt kein Anfänger. Aber vor allem bei diesem längeren Rennen. Oder auch bei diesen Situationen, wo du auch mal von hinten ordentlich Druck bekommst. Da musst du dich erstmal mental dran gewöhnen und einstellen. Gut, aber ich werde euch insgesamt hier alles wieder zusammenschneiden. Ich versuche es möglichst sinnvoll zu schneiden. Sodass ihr die wichtigsten Szenen auf jeden Fall wieder seht. Und jetzt nicht lange Passagen dabei haben werdet, wo nichts passiert. Deswegen, ich denke mal, ich versuche es mal so auf eine halbe Stunde, maximal eine dreiviertel Stunde zu komprimieren. Hier das Zwei-Stunden-Rennen. Das ist natürlich auch immer davon abhängig, wie viel passiert. Also man kann aus einem Zwei-Stunden-Rennen teilweise vielleicht auch sogar anderthalb Stunden rausschneiden. Man kann aber auch manchmal vielleicht sogar nur zehn Minuten rausschneiden. Das kommt immer drauf an. Gut, aber die ersten Runden hier, da sind wir eine 1.35.5 gefahren. Vorne der Pfeffer schon fast eine Sekunde schneller. Aber wir haben ja auch nicht direkt freie Fahrt. Wir kriegen schon ordentlich Druck von hinten. Da wird es schon mal sehr, sehr eng. Und ihr könnt sehen, der Schuh hinter uns, der hatte teilweise ein bisschen verloren nach hinten. Aber das war die ganze Zeit immer so ein, ja, so ein Hin und Her kann man sagen. Weil der Kausch vor mir, der hatte auch teilweise mal über eine Sekunde Vorsprung. Dann haben wir immer wieder ein bisschen aufgeholt. Dann hat der Schuh hinter uns wieder ein bisschen verloren und wieder aufgeholt. Und die ganze Zeit hatten wir dieses Hin und Her. Und hier haben wir schon den ersten zu überrundenden, der sich hier ein bisschen in den Weg stellt. Aber glücklicherweise hat er jetzt hier Platz gemacht. Und ja, so muss das auch sein. Bevor du da in den Kurven irgendwie abbremst und nun mal provozierst, dann wartest du lieber bis zum nächsten Geraden. Also insgesamt hat es doch ganz gut funktioniert hier. Aber das wird vor den Rennen auch immer hier alles schön besprochen. Da wird ganz genau gesagt, worauf du achten sollst. Was die Regeln sind und woran du dich halten solltest. Ja, und da hast du auf jeden Fall das Gefühl, dass die Leute das hier generell alles schon ernster nehmen. Klar hast du auch mal Leute dabei, das hast du generell überall, die ein bisschen fahrlässiger sind oder so. Aber zu 99 Prozent hatte ich hier das Gefühl, dass jeder weiß, was zu tun ist. Und ja, es werden auch noch mal ein, zwei kleine Situationen kommen. Da werdet ihr dann die Leute sehen, die vielleicht neu dabei sind oder die sich noch dran gewöhnen müssen, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun. Aber das, wie gesagt, das werden wir dann auch gleich sehen. Gut, aber wir haben uns hier so bei mittleren 1,35er Zeiten eingependelt. Und normalerweise wäre da sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen von der Pace. Aber, also ich konnte hier meine Pace auf jeden Fall nicht zu 100 Prozent gehen, weil ich glaube, ich habe mich da erstmal ein bisschen irritieren lassen die ganze Zeit vom Vordermann. Bin dann zu dicht dran gewesen, hier auch kleine Quersteher gehabt. Und ja, da hast du pro Runde immer ein paar Zehntel verschenkt. Und an manchen Stellen war ich schneller und an manchen Stellen habe ich dann auch wieder ein bisschen abreißen lassen. Und war dann genau an den Stellen, wo ich eigentlich schneller war, nicht nah genug dran, um zu überholen. Also, wie zum Beispiel hier in diese Linkskurve gleich, da bin ich einfach immer so ein paar Meter zu weit weg gewesen, um hier auf der Bremse mich daneben zu setzen. Aber gut, wir haben ja noch insgesamt anderthalb Stunden Zeit, also das sollte nicht das Problem sein, dass uns hier die Zeit irgendwie ausgeht. So, aber der Schuh, der ist auch schon wieder hier fast dran. Der war vorhin über anderthalb Sekunden weg und jetzt schon wieder auf 0,6 Sekunden dran. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Der hat dann jetzt wieder ein bisschen aufgeholt. Der Couch hat wieder ein bisschen verloren. Ich habe mal wieder ein bisschen verloren und ein bisschen aufgeholt. Ja, und so ging das hier die ganze Zeit. Aber das ist auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass wir hier alle auf ungefähr einem Level unterwegs waren. Und genau bei diesem Racing, da entscheiden dann kleine Fehler im Endeffekt. Oder vielleicht auch etwas größere Fehler. Um Sieg oder Niederlage. Und ja, zwei Stunden musst du natürlich auch erstmal mit den ganzen Streckenbegrenzungen hier klarkommen. Beziehungsweise darfst du nicht zu viele Verwarnungen einfangen. Aber das haben wir bis jetzt ganz gut geschafft. Also noch keine Verwarnung hier nach einer halben Stunde zumindest. Und wir machen nochmal einen kleinen Sprung nach vorne. Von, ich glaube nochmal 20 Minuten oder wie viel war es jetzt? Und ihr seht, es wird auch schon ein bisschen dunkler. Und es hat sich auch ein bisschen mehr zugezogen. Mehr Wolken am Himmel. Und das heißt, die Temperaturen gingen jetzt auch nach und nach runter. Das seht ihr auch an den Reifen drücken. Auf der linken Seite geht es sogar noch. Aber auf der rechten Seite, ja, die sind schon deutlich abgefallen, die Drücke. Da hätten wir locker mal ein bis anderthalb PS1 mehr gebrauchen können. Gut, aber hätten wir die hier reingetan, da wurde es auch nochmal knapp im Rückspiegel mit dem Schuh. Der ist da genau in dieser Kurve auch immer richtig stark auf der Bremse gewesen. Und ist uns da sehr, sehr nah auf die Pelle gerückt. Aber das mit den Reifen drücken, du hast natürlich das Problem, wenn im Laufe des Rennens die Temperaturen kühler werden und du packst am Anfang des Rennens mehr Druck rein, ja, dann hast du am Anfang des Rennens zu viel Druck in den Reifen und überfährst die Reifen dann auch. Und dadurch bauen die dann noch schneller ab. Und gerade hier in diesem letzten Abschnitt war ich normalerweise immer stark unterwegs, als hier ein kleiner Fehler gewesen von mir. Den Einlenkpunkt verpasst und dadurch den Schwung verloren. Aber da habe ich normalerweise immer die Zeit auf dem Porsche auch gut gemacht. Gut, aber wir sind hier immer noch bei, ja, 1,35er Zeiten. Auch wenn es jetzt mittlerweile schon hier hohe 35er Zeiten waren. Klar, die Reifen sind auch noch natürlich ab. Aber das Auto wurde auch immer leichter. Und meine Hoffnung war dann natürlich mit dem Boxenstopp, mit frischen Reifen, vielleicht nochmal, ja, hier besser attackieren zu können. Eine andere Strategie zu nehmen, als hier meine Vorder- und Hintermänner. Aber da war ich mir dann auch noch nicht sicher, wie ich das Ganze hier machen sollte. Und jetzt ist was super, super Ärgerliches passiert. Hier sind wir kurz innen auf den Körper gekommen. Das Auto ist unruhig geworden. Und hier haben wir die Karre verloren, weil wir da über diese ekelhaften Bumper gefahren sind. Und ja, ich stehe jetzt hier falschrum auf der Strecke. Musste warten, bis der Kollege hier vorbei war. Und ja, da haben wir eine Menge, eine Menge Zeit verloren. Haben sogar leichten Schaden davon getragen. Und ja, das war wirklich ein super, super ärgerlicher Moment. Ein Flüchtigkeitsfehler, wenn es so will. Ja, 45 Minuten hat das sehr, sehr gut hier funktioniert. Und dann ärgerlich, ärgerlich. Aber da machst du jetzt im Endeffekt nichts mehr. Es ist passiert. Und das ist dann auch im Endeffekt eine Qualität, das schnellstmöglich abzuschließen und sich weiter hier aufs Rennen zu konzentrieren. Wir sind ja noch auf dem fünften Platz. Also es ist überhaupt noch gar nichts verloren. Vor allem, wenn wir noch eine Stunde und 14 Uhr auf der Uhr haben. Und ich habe jetzt hier schon mal mit dem linken Auge so auf die Boxenstrategie geschaut. Und hier blende ich euch jetzt mal etwas ein, was ich bisher überhaupt noch gar nicht kannte. Und zwar ist hier ein schwarzer Punkt bei dem Reifensatz. Also das ist der dritte Reifensatz. Und ja, was bedeutet dieser schwarze Punkt? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet oder den gar nicht wahrgenommen. Ich hatte es einfach so stehen gelassen, weil ich hatte meinen Boxenstopp quasi vorbereitet vor dem Rennen. Dass der möglichst reibungslos abläuft. Hat die ganzen Drücke alle angepasst und so weiter. Die hatte ich dann hinterher nochmal nachkorrigiert. Aber gut, ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Und habe erstmal alles so gelassen. Aber das wird hinterher noch ein kleines, aber feines Detail. Was uns vielleicht nochmal hier sehr, sehr viel Zeit kosten könnte. Aber dazu kommen wir später nochmal. Und hier der Kollege vor uns hat hier auch nochmal einen kleinen Fehler gemacht. Das war aber ein überrundeter. Und ja, wir haben jetzt hier Schaden davongetragen. Wie gesagt, das hat uns jetzt auch im Endeffekt Zeit gekostet. Das Auto war viel, viel mehr untersteuernd. Und hier bin ich dann auch zu weit rausgekommen. Und das habe ich jetzt richtig krass gemerkt. Und da habe ich auch die ganze Zeit im Optionsmenü nochmal rumgeschaut. Was habe ich jetzt hier für Möglichkeiten? Und habe die ganze Zeit mit den Gedanken gespielt, jetzt schon reinzukommen oder später reinzukommen. Weil man musste natürlich auch nachtanken. Und da war ich mir dann auch nicht sicher, wie viel Benzin nimmst du denn jetzt mit? Und da habe ich dann später auch nochmal einen Rechenfehler gemacht. Und ja, es war wirklich das volle Programm. Also wie gesagt, die ersten 15 Minuten waren wirklich richtig geil. Aber jetzt wurde es immer kritischer und immer katastrophaler, sozusagen. Gut, aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen was auf der Uhr. Und hier habt ihr es auch wieder gesehen. Ich komme an jeder Ecke hier viel zu weit raus. Und kann überhaupt nicht mehr so ans Limit gehen wie vorher. Allein in dieser Runde haben wir jetzt hier zwei Sekunden im Delta gehabt, eine 1,37er Zeit. Das ist überhaupt nicht gut gewesen. Und ihr seht es aber auch jetzt schon allein hier in dem ersten Sektor. Wie viel Zeit wir da verlieren. Weil du durch eine beschädigte Aerodynamik natürlich ein ganz, ganz anderes Fahrverhalten auf einmal hast. Muss andere Bremspunkte nehmen, muss andere Linien nehmen. Ja und generell einfach viel mehr Gas rausnehmen. Ihr seht es hier, alleine hier im ersten Sektor schon über eine halbe Sekunde im Delta. Ja und insgesamt ist die Karre auch viel, viel unruhiger. Das heißt, du hast nochmal eine viel größere Gefahr, das Team hier wegzuschmeißen. Und wundert euch nicht, warum ich hier so lange links diese Grafik eingeblendet lasse. Ich war einfach die ganze Zeit wirklich am überlegen, was ich jetzt als nächstes machen soll. Oder was jetzt das Sinnvollste wäre. Hier habe ich zum Beispiel dann die Drücke nochmal angepasst, weil es dann ja doch schon deutlich kälter wurde. Habe ich dann nochmal ein bisschen mehr Druck reingemacht und wir fahren hier ja auch in die Nacht rein. Das heißt, da brauchst du sowieso nochmal mehr Druck als am helllichten Tage. So und ziemlich genau zur Halbzeit war es dann auch soweit. Dann habe ich mir gedacht, okay komm, Hälfte des Rennens ist jetzt rum. Genau jetzt gehst du an die Box, lässt deinen Schaden auch noch reparieren. Damit du hier in der zweiten Rennhälfte dann nochmal attackieren kannst. Und ja, hier nicht zu schnell reinrollen lassen. Pit Limiter an und let's go. Einmal neue Schlappen drauf und dann nochmal voll attackieren, habe ich mir gedacht. Für die zweite Rennhälfte hier. Erstmal schlecht hier in die Box reingestellt. Da stand ich viel zu weit hinten. Und das hat uns jetzt erstmal noch, keine Ahnung, 3-4 Sekunden gekostet. Das heißt, da haben wir auch nochmal Zeit verloren. Und insgesamt brauchen wir 11 Sekunden länger, um den Schaden reparieren zu lassen. Also alles andere als perfekte Voraussetzung. Und das hat uns mit Sicherheit hier auch noch die eine oder andere Position gekostet. Gut, aber wir überspringen den Boxenstopp hier. Es geht weiter in die zweite Rennhälfte. Und die Reifen hier sind jetzt auch erstmal relativ kalt. Das heißt, die müssen wir jetzt erstmal ordentlich auf Temperatur bringen. Und wir sind schon, ja, jetzt mittlerweile auf dem 13. Platz, 14. Platz zurückgefallen. Klar, 15. Platz jetzt sogar. Klar, es sind jetzt einige Leute noch nicht an der Box gewesen. Deswegen hat das jetzt noch nichts zu sagen. Gut. Aber was sich jetzt, oder wie sich das jetzt gleich alles entwickelt. Ja, das ist alles mal sowas von unglücklich gewesen. Aber erstmal kriegen wir hier eine blaue Flagge. Denn, ja, hier werden wir schon überrundet von Leuten, die aber jetzt auch noch keinen Boxenstopp gemacht haben. Aber das war jetzt auch erstmal ein Indikator. Aber eigentlich bist du ja, wenn du aus der Box kommst, dann mit frischen Reifen erstmal deutlich schneller als jemand, der mit gebrauchten Reifen unterwegs ist. Und genau das habe ich mir auch gedacht. Wir müssten den dritten Platz, weil wir ja vorher auch schneller waren, eigentlich deutlich einholen. Und ihr seht es jetzt, nach ziemlich genau einer Runde war der Kollege immer noch relativ deutlich vor uns. Und genau da ging eigentlich schon meine Zweifel los, weil ich mir dachte, okay, wir kommen jetzt aus der Box. Und irgendwie hat sich das Ganze nicht so angefühlt wie sonst, wie wenn du aus der Box kommst. Du hast, ja, ein sehr, sehr direktes Lenkverhalten. Du kannst mehr ans Limit gehen. Und wir haben ja jetzt auch keinen Schaden mehr. Also werden wir alles komplett reparieren lassen. Also eigentlich müsste die Karriere jetzt hier im Top-Zustand sein. Und wir müssten, ja, ziemlich sicher in mittlere bis niedrige 1,35er, wenn nicht sogar 1,34er Zeiten kommen, wenn wir hier wirklich optimale Runden fahren. Ja, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Wir sind hier in unserer ersten gezeiteten Runde mit frischen Reifen nach dem Boxenstopp. Und ihr habt es auch gerade schon in diesen engen Passagen gesehen. Das Auto war ziemlich, ziemlich doll am Rutschen. Und achtet auch mal oben auf den Audi im Rückspiegel. Das ist ja auch ein überrundeter. Auf Platz 26. Und wir können uns hier in den Kurven ja eigentlich so gut wie nicht absetzen. Und achtet jetzt auch gleich auf der Gerade mal da drauf. Ich dachte mir die ganze Zeit, was ist denn hier los? Ist irgendwas mit dem Auto? Ist irgendwie der Motor auf einmal im anderen Mapping oder so? Weil, zieht euch das mal rein. Er ist jetzt hinter uns. Klar, er hat auch Windschatten. Aber er ist hier wirklich deutlich schneller gewesen. Und kam hier wirklich auch in eine Position, wo er uns locker hätte überholen können. Ist hier auch vom Gas gegangen. Damit er uns hier nicht attackiert. Weil, wie gesagt, wir haben ihn ja überrundet. Ja, und zieht euch das mal rein, wie viel näher der hier in diesen engen Kurven kommt. Also, wir hatten gar keinen Grip. Und, ja, ich hatte immer mehr das Gefühl, hier stimmt irgendwie was nicht. Ist es irgendwie was falsch gelaufen? Ich wusste nicht, ob ich einen Motorschaden habe oder sich irgendwo irgendwas verstellt hatte. Achtet jetzt auch mal auf die erste gezeitete Runde. Das ist eine 1,36,9 gewesen. Also, wir waren eigentlich gleich schnell oder sogar langsamer mit unserem beschädigten Auto. Und das vor dem Boxenstopp mit anderen Reifen. Und, ja, das wurde von Runde zu Runde nicht besser, sondern, ja, entweder schlechter oder gleich schlecht, sozusagen. Und hier sogar 1,37er Zeiten. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, hier ist irgendwie was komplett in die Hose gegangen. Komplett falsch gelaufen. Und ich war dann auch irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, R. Richter, Platz 24, fahr vorbei. Hier hat er uns auch schon attackiert, weil er hat auch gemerkt, er ist natürlich deutlich schneller als wir unterwegs. So, und hier habe ich dann auch gesagt, komm, fahr vorbei. Und, ja, dieses Gefühl generell, wenn du jetzt noch über 50 Minuten auf der Uhr hast und du merkst, ey, dein Auto, das geht gerade überhaupt nicht mehr. Also, du bist 2, 3 Sekunden langsamer als vorher. Ja, dann können so 50 Minuten extrem, extrem lang werden. Und es hat wirklich die ganze Zeit gerattert bei mir, weil ich habe es wirklich so im Eifer des Gefechts oder im Eifer des Rennens, habe ich es einfach nicht gecheckt, dass es auch gebrauchte Reifen hätten sein können. Und ich wollte es auch ehrlich gesagt nicht wahrhaben, dass es so ist. Ich habe dann auch ein paar Mal noch im Optionsmenü rumgeblättert, und habe geguckt, ey, hast du irgendwie das Motor-Mapping umgestellt, leuchtet irgendeine Lampe im Auto, sodass vielleicht irgendwie weniger Leistung vorhanden ist oder so. Und hier wurde es nochmal extrem knapp, denn Audi hat hier sich gedreht und ist einfach auf die Strecke zurückgekommen. Das wäre jetzt dann ja sowieso noch komplett gewesen jetzt mit unserem Rennen, wenn wir ihm da reingeballert wären. Ja, aber das sind dann so diese Schreckmomente, die dann auch noch dazukommen. Und ich war wirklich jetzt schon am Ende mit meinen Nerven, weil ich noch nicht mal mehr mit Platz 24 hier mithalten konnte. Ja, und genau jetzt war der Zeitpunkt, wo ich dann nochmal im Optionsmenü genau das mit diesem schwarzen und dem weißen Punkt hier bei den Reifensätzen gefunden hatte. Und ich dachte mir so, alter, will das Spiel mich eigentlich hier komplett verarschen oder habe ich da selber was komplett falsch eingestellt? Der Audi vor uns hat sich hier nochmal weggedreht. Ja, aber da hatte ich gesehen, okay, ein weißer Punkt bedeutet anscheinend, dass das ein neuer Reifensatz ist und ein schwarzer Punkt ein gebrauchter Reifensatz. Und wie wir vorhin gesehen haben, hatten wir ja den Reifensatz 3 ausgewählt. Und das war ein schwarzer Punkt. Das heißt, ja, ich hatte jetzt hier realisiert, dass wir mit gebrauchten Reifen unterwegs waren. Ach ja, es war sowas von frustrierend, weil ich hatte mich so auf dieses Rennen gefreut, hatte mich auch vorbereitet da drauf, ein bisschen trainiert. Ja, und wir haben jetzt hier hinter uns den Jared, der auch einer mit der Organisatorin ist von diesen Rennen. Und ja, nochmal liebe Grüße gehen raus, vielen Dank für die Teilnahme. Aber hier siehst du jetzt auch, was mit mir alles schiefgelaufen ist. Haben wir auch noch den 9. Platz durchgelassen, auch wenn das direkte Positionen waren. Aber es bringt nichts. Ihr seht das auch, wie die direkt gleich wegziehen. Es hat einfach nichts gebracht, mich da irgendwie nochmal zu wehren. Und ja, wir sind mittlerweile auf dem 10. Platz. Top 10 zu halten, wäre ja zum jetzigen Stand mega unrealistisch, weil der Tom Juhr, auch an dich liebe Grüße, auch ein mega korrekter Kerl, der war zwar noch 7,5 Sekunden weit weg, aber wir haben ja noch 45 Minuten auf der Uhr. Und wenn du hier 2-3 Sekunden langsamer bist pro Runde, dann kannst du nicht dagegen halten, wenn jemand hier 1,35er Zeiten fährt und ich nur 1,37er Zeiten. Da machst du da nix. Aber ich habe jetzt hier die letzten Minuten oder die letzte Dreiviertelstunde her gesagt, nochmal ziemlich viel gecuttet, weil es ging jetzt eigentlich die ganze Zeit nur noch back up. Die Reifen wurden natürlich nicht besser. Die Reifendrücke waren sogar noch einigermaßen okay für die Umstände. Und wir machen hier nochmal einen kleinen Cut. Und ihr seht es auch hinter mir, die ganzen Überrunden, die haben die ganze Druck gemacht und ich konnte noch nicht mal mehr mit denen mithalten. Also super frustrierend. Ja, da stellt man sich, oder so stellt man sich ein Endurance-Rennen auf jeden Fall nicht vor. Aber im Endeffekt war ich zwar mega angepisst in der jetzigen Situation, aber nach dem Rennen habe ich mir eine halbe Stunde Zeit genommen und habe mich beruhigt. Habe mir dann gedacht, okay, da lernst du draus. Und da weißt du auf jeden Fall, worauf du demnächst wieder achten musst. Zum Beispiel auf die Reifensätze. Und dann wird das auch schon. Also ich werde auf jeden Fall in den nächsten Endurance-Rennen wahrscheinlich entweder als Gaststarter, vielleicht auch sogar in der Liga an sich mit am Start sein. Mal schauen, was die Zeit so hergibt. Könnt ihr aber auch gerne mal in die Kommentare hauen, ob ihr da Bock drauf habt, dass ich sowas hier öfter mache. Und hier, ja, ein dicker Verbremser. Da habe ich den Richter wieder durchgelassen. Der war ja vorhin auch schon mal schneller als wir. Gut, aber hier haben wir dann den Tom Juhr und den Bartel dann auch nochmal durchgelassen, weil, wie gesagt, ich wollte deren Zweikämpfe nicht zerstören. Die fahren ja, wie gesagt, nur in der Liga. Wir sind nur Gaststarter. Deswegen habe ich gesagt, komm, zieht durch. Mich mitziehen, könnt ihr sowieso nicht. Oder, ja, mich anschieben, könnt ihr auch nicht. Es ging einfach nicht mehr schneller. So, wir sind mittlerweile hier in der Nacht angekommen oder zumindest in der späten Dämmerung. Um 9.13 Uhr, 9.14 Uhr jetzt hier. Ortszeit von dem Spiel. Und die einzige Hoffnung, die ich noch so ein kleines bisschen hatte, war, dass wir sogar den 13. Platz hier hinter uns halten konnten. Der war nämlich über 12 Sekunden weit weg. Aber, ihr seht es, wir haben jetzt noch 9 Minuten auf der Uhr. Und da war er auch schon, ja, innerhalb von einer Sekunde hinter uns. Und genau das gleiche Spiel wieder. Ich habe dann im Endeffekt auch nicht versucht, den Kollegen lange aufzuhalten. Auch wenn ich es mal kurz versucht habe, das werden wir jetzt gleich sehen. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, versuch es zumindest mal kurz. Weil der hatte jetzt keinen direkten Hinter-Sich, mit dem er gekämpft hat. Und ja, wenn du da nicht volles Risiko gehst, dann kann man das ja auch mal machen. Es war aber auch dann wirklich extrem schwierig, unter diesen Umständen die Konzentration aufrechtzuhalten. Ich bin teilweise gefahren wie ein Roboter. Ich hatte meinen Kopf ausgeschaltet und habe einfach nur noch starr auf den Bildschirm geguckt und einfach nur die Lenkbefehle, die Bremsbefehle und alles weitergegeben. Ohne großartig drüber nachzudenken. Weil, wie gesagt, da können diese Minuten extrem lange werden. Ja, und ihr seht es, er ist hier sowas von deutlich schneller. Hier auch nochmal die Linie verkackt, zu weit gegangen. Er wollte hier schon innen reinstechen, aber ich habe mir gedacht, komm, hältst du nochmal kurz gegen, aber hier der Winkel viel zu spitz. Und gut, da habe ich jetzt hier komplett Gas rausgenommen. Komm, fahr vorbei. Macht keinen Sinn. Und hinter uns sehen wir genau die beiden Kollegen, mit denen wir ganz am Anfang oder die ersten 45 Minuten hier gefeitet haben. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist denn mit dem Mabix da los? Hat der sein Talent an der Boxen-Crew abgegeben? Oder was hat er hier gemacht? Oder ist er irgendwo komplett hart eingeschlagen? Nee, aber falls das von euch einer sieht, dann werdet ihr auch wissen, was hier so alles schiefgelaufen ist in meinem Rennen. Gut, aber wir sind jetzt schon in der letzten Runde, beziehungsweise starten jetzt gleich hier in die letzte Runde. Der führende, ja, ist jetzt gerade über Start und Ziel gegangen in seine letzte Runde. Und ja, der Pfeffer hat hier auf jeden Fall mit einem Riesenvorsprung gewonnen und auch sehr, sehr souverän. Gut, aber im Endeffekt habe ich auch gesagt, sieh das Positive hier. Es war eine geile Erfahrung, mal überhaupt zwei Stunden am Stück zu fahren. Auch wirklich extrem anstrengend, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil eine Stunde Competition-Rennen ist schon herausfordernd, aber ein Zwei-Stunden-Rennen, was jetzt nicht weniger am Limit war, weil die Konkurrenz hier wirklich in diesen Rennen ist auch sehr, sehr stark in dem vorderen Bereich auf jeden Fall. Und ja, da können so zwei Stunden extrem, extrem anspruchsvoll sein für die Konzentration. Und jeder, denke ich mal, hat da so seine Phase, wo er mal ein bisschen unkonzentrierter ist und ja, mal ein paar kleine Fehler einbaut oder so. Deswegen war das ein sehr, sehr gutes Training, mental auch. Und gut, unter den Umständen war hier auf jeden Fall nicht mehr drin. Wir haben zumindest hier nach hinten jetzt ja, einen riesen Vorsprung, beziehungsweise ich habe hier keinen mehr gesehen, der uns hier gefährlich werden könnte. Aber nach vorne ging natürlich auch nichts mehr. Und ja, ich fange schon mal langsam, langsam, langsam an, hier abzumoderieren. Leute, wenn euch diese Endurance-Rennen gefallen, dann haut das mal bitte gerne in die Kommentare. Dann mache ich sowas auf jeden Fall gerne öfter. Und vielleicht sogar mal, ich habe jetzt noch kein Teamkollegen oder irgendwie was oder Leute, mit denen ich hier zusammenfahren könnte. Ich habe schon mal ein paar Anfragen bekommen. Deswegen mal gucken, was da in Zukunft so kommt. Ich habe auch schon mal von einem eigenen Rennteam irgendwie gesprochen, einem eigenen Simracing-Team. Dass man da in Zukunft vielleicht sogar mal an längeren Rennen, 24-Stunden-Rennen etc. teilnehmen könnte. Ja, haut das mal alles gerne bitte in die Kommentare rein. Auf jeden Fall noch mal ein fettes, fettes Danke an die abgefahrenen Community für diese geilen Events. Hat mich mega gefreut, hier als Gaststarter mit am Start sein zu dürfen. Und ja, wir haben jetzt hier das 2-Stunden-Rennen absolviert. Wenn auch nicht mit Erfolg gekrönt, aber wie gesagt, hat im Großen und Ganzen dann doch Spaß gemacht. Zumindest die erste Rennhälfte. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Competition-Rennen, Endurance-Rennen oder im nächsten Simracing-Tutorial, Streckenguide usw. Ich blende euch nochmal zum Schluss hier ein paar Videos ein und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder mit am Start seid. Haut rein, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.